Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist hier Deutschland Premiere bei Ford in Bremen und zwar vom neuen Ford Capri. Ja, the legend is back, wie es so schön heißt. Vielleicht kennt ihr noch den Ford Capri. Letztes Modell war aus den 80er Jahren und alle die, die über 50 sind und jetzt hier diesen Wagen sehen, ja, die werden sich irgendwie, wenn sie schon tot wären, im Grabe umdrehen, dass man so einen Wagen Ford Capri nennt. Ich meine, der Capri in den 80ern oder in den 70ern, der stand halt für ein ganz bestimmtes Lebensgefühl. Und das hier, das ist jetzt hier was ganz anderes. Und den Namen hier für so ein Auto wieder zu recyceln, ja, da hat Ford doch ganz schön Mut bewiesen und es gab auch schon den einen oder anderen Shitstorm. Also dieses Retro-Gefühl, ja, das stellt sich bei diesem kleinen SUV natürlich überhaupt nicht ein. Zumal er basiert natürlich auch, wie ihr vielleicht alle wisst, auf der MEB-Plattform und ist mehr oder weniger so ähnlich wie ein VW ID.5 anzusiedeln. Aber gut, leider ist er in schwarz, weil es gibt ja dieses wahnsinnig geile Gelb, was so ein bisschen die Reminiszenz an die 80er ist vom Ford Capri. In schwarz, ja, da sieht der Wagen ein bisschen unscheinbar aus. Das Gelb, das knallt einfach besser. Aber nichtsdestotrotz, Capri ist ja ein sehr geschichtsträchtiger Name für ein Auto. Und jetzt hat Ford sich entschieden, so ein SUV auf der MEB-Plattform von VW Capri zu nennen. Und als ich das erste Mal hörte, dass Ford den Capri neu auflegt, da habe ich gedacht, ja! Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, oh, nun ja, der Wagen hat sicherlich Stärken und die wollen wir uns heute mal angucken. Wir dürfen ihn leider noch nicht fahren, aber wir können ihn uns von außen mal anschauen. Wir können ihn uns von innen anschauen. Wie sind die Materialien? Wie ist so die Software? Ja, und das machen wir jetzt. Deswegen wird es mit Sicherheit ein spannendes Video. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, und wenn wir einsteigen, ist für mich erstmal ungewohnt, weil ich jetzt hier auf der Beifahrerseite sitze. Aber das Interieur ist mehr oder weniger 1 zu 1 wie der Ford Explorer. Und der Clou bei dem Ganzen ist, neben den recycelten Elementen aus dem MEB-Baukasten, wie Ford immer wieder betont, hier dieser schwenkbare Bildschirm, der gleichzeitig so etwas wie ein Geheimfach beinhaltet, nämlich hier unten. Da kann man das aufschieben und da hat man hier ein Staufach. Und wenn man es zumacht, ist es nicht nur unsichtbar, sondern wenn der Wagen abgeschlossen ist, ist es auch verriegelt und man kann es wirklich nur mit roher Gewalt öffnen. Und ja, auf dem amerikanischen Markt, da würde man jetzt hier die Handfeuerwaffe platzieren. Wissen wir ja alle. Und dann ist sie gut versteckt. So, und jetzt piept der. Und mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich den Monitor bediene, ich irgendeine Funktion auslöse mit meiner Hand. Hier ist nämlich die Klimatisierung. Jetzt habe ich ihn ganz ausgeschaltet. Ja, man nennt es immer Prototyp. Also es ist ein Vorserienmodell hier, in dem ich sitze. Noch dazu, wie gesagt, Rechtslenker. Und das Zweite, was mir hier auffällt, ist das Fahrraddisplay. Das ist so dieses 5 Zoll Display, was wir von VW kennen. Und hier muss ich echt sagen, da hätte sich Ford ein bisschen mehr Mühe geben können. Weil vom Innendesign her ist es mehr oder weniger genau das Display, was wir aus den IDs kennen. Also dieses irgendwie, dieses, ja, mit dieser komischen Form. Und da hat Ford einfach nur so zwei Ohren drum gepackt aus Plastik mit Klavierlack. Also ich finde, da hätten sie doch ein richtiges Display spendieren können. Ein paar Euro 50 dafür hätten doch irgendwie drin sein können. Das verstehe ich nicht wirklich, weil das sieht so richtig so rangeflanscht aus. Und ich muss sagen, schön ist anders. Also mir persönlich gefällt es nicht, aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Vielleicht ist euch das egal. Aber ich finde es so ein bisschen lieblos jetzt. Also die Lenkstockhebel sind Original VW. Ich fahre ja gerade den ID.7 im Moment und das sind die gleichen. Dann haben wir hier das Lenkrad. Wir haben hier auch Folientasten. Die sind hier allerdings blau unterlegt mit der Schrift, was es ein bisschen besser lesbar macht tatsächlich. Aber die Funktionalität ist eigentlich genauso, wie man das aus den IDs kennt. Nämlich kein richtiger Druckpunkt, sondern nur so ein künstlicher. Und jetzt, wo der Wagen aus ist, ist es eigentlich nur eine riesen Plastikfläche ohne Funktion. Ja und ansonsten, was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben hier eine Mittelkonsole und Ford hat sich sozusagen was einfallen lassen für diese Inlays hier. Die ist relativ tief. Mein ganzer Arm passt da rein. Also ich glaube 17 Liter soll die haben. Und hier kann man tatsächlich bei Ford sich irgendwie eine 3D-Datei runterladen und dann so Inlays selber ausdrucken mit einem 3D-Drucker. Ja, tolle Sache. Kann man einmal machen oder man kauft sich das beim Zubehörladen. Ansonsten, was haben wir noch? Induktives Handyladen. Das Handy verschwindet leider hier relativ senkrecht in irgendeiner Ablage und dann wird es geladen. Also auf dem Bildschirm gucken mal während der Ampel oder so oder wenn man gerade parkt und es lädt. Das ist dann nicht drin. Oha, was soll's. Sitze elektrisch verstellbar. Das Übliche. Ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie bei VW auch diese Massagefunktion gibt. Ansonsten hier eine Soundbar von, ist das Bose, Bang & Olufsen, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall haben wir hier eine Soundbar für die Audioanlage. Ist auch mal was ganz Neues. Das Audio kann ich hier leider momentan nicht testen. Mal gucken, ob das irgendwie noch geht, ob ich das Radio hier irgendwie zum Laufen kriege. Ein- und Ausschalter haben wir hier natürlich auch. Wo haben wir denn hier mal Audio? Ich versuche mal intuitiv das System hier zu bedienen. Radio, da ist es doch. Radio. Was nehmen wir denn mal? Keine Ahnung. Hier, was haben wir? Radio Weser. Hä? Das ist jetzt leise. Die kriege ich das lauter. Sekunde. Ah ja. Bevor ich jetzt hier einen Copyright-Sprice kriege, mache ich es lieber wieder leise. Wenn es denn gehen würde. Also, ja. Das gleiche Problem. Ich kriege es hier nicht leiser. Die Software ist von Ford komplett neu gemacht. So wie bei VW kennt man das ja. Man hat hier Apps. Man hat hier den Home-Button. Der Home-Button. Genau. Man hat hier auch verschiedene Home-Screens, die man sich wahrscheinlich konfigurieren kann. Wenn man da drauf drücken. Ist wie bei VW im Prinzip. Da drückt man drauf und dann kann man das konfigurieren. Ist halt nur vertikal angeordnet und nicht horizontal. Wo ist denn hier Klimatisierung? Auto. Wenn man da drauf drückt. Ah ja, dann kommt die Klimatisierung. Klimatisierung. Ja. Also richtig. Jetzt scheint es zu hängen. Ich übernehme mal kurz. HC. Hier kann man das einstellen. Aber wo ist denn hier? Was ist denn das hier zum Beispiel? Das ist irgendwie eine Ventilation. Aber. Ah, okay. Das wird hier nur angezeigt. Aber irgendwie fehlt mir hier was. Es kann sein, dass das in diesem Prototyp die Software noch nicht so richtig ist. Oder das muss so. Kann auch sein. Was ist das hier? Ich glaube eher, das ist der Prototyp. Leider ist die Funktion nicht verfügbar. Okay. Wir gehen mal davon aus, dass das hier eine Prototyp-Funktion ist. Ja. Was gibt es sonst noch im Capri? Wir haben hier weiche Materialien, weiche Materialien. Hier ist es auch noch weich. Hier unten wird es dann hart. Sitze sind ganz schön. So ein Kunstleder-Stoff-Gemisch. Es gibt, glaube ich, auch ein Panoramadach. Hier haben wir keins. Und nach hinten sieht es auch gut aus. Und apropos hinten. Jetzt steigen wir mal hinten ein und gucken mal, wie es hinten sich so sitzt. So. Ja. Ich saß ein bisschen weit hinten. Das heißt, der Sitz ist nicht wirklich auf mich eingestellt. Und trotzdem sitze ich hier doch relativ gut. Die Füße passen unter den Sitz. Pnie sind natürlich weiter oben. Man sitzt aber doch relativ gemütlich und komfortabel. Mitteltunnel habe ich auch nicht. Also hier ist Platz für die Beine. Ansonsten haben wir zwei USB. Hier haben wir noch ein kleines Fach. Hier haben wir eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Das kennt man. Das ist alles mehr oder weniger Standard. Und ansonsten würde ich sagen, hier hinten, ja, hier kann man sitzen. Kopffreiheit ist auch okay. Ein bisschen knapp. Also ich würde sagen, ich habe noch so zwei bis drei Zentimeter. Ja, und Langstrecke hier hinten kann man machen. Da ist halt die Frage, wie lang die Langstrecke ist, bevor er das erste Mal zum Laden muss. Angegeben ist er ja hier mit über 600 Kilometer WLTP. Ich würde mal schätzen, wir kommen mit dem Capri in der Realität. Und dieser Test, der steht natürlich noch aus. Maximal 400 Kilometer auf der Autobahn, wahrscheinlich eher so 380. Und dann wird geladen. Mit der 77 Kilowattstunden Batterie, die bei VW üblich ist, da hat er momentan eine Ladeleistung von 135 kW. Das ist auch nicht wirklich spitze. Und naja, also Ford geht da ein mutiger Schritt, komplett das alles von VW zu übernehmen und dabei auch noch mehr Geld zu verlangen. Ja, der Capri ist tatsächlich ein bisschen teurer als ein ID.5 im Moment mit einer gewissen Ausstattung. Und man kann aber jetzt schon bestellen. Aber Lieferzeit, haltet euch fest, 20 Wochen. So, kommen wir jetzt mal zum Kofferraum. Und der ist tatsächlich relativ üppig. Wir haben hier 570 Liter. Und wenn man die Sitze rumklappt, dann sind es sogar 1510 Liter. Und der Witz ist, wir haben hier so einen Eimer, der ist irgendwie serienmäßig mitgeliefert für so ein Seitenfach. Man kann hier den Boden verstellen. Also einerseits hochheben. Da ist dann ungefähr noch 8 Zentimeter Luft. Und es gibt natürlich das obligatorische Trunkfach hier nicht verkleidet. Ob das jetzt so serienmäßig so bleibt, weiß ich nicht. Ist aber auch viel Luft noch. Da passt dann unter Umständen Ladekabel oder sogar noch eine Reisetasche rein. So, das war mein kurzer Eindruck vom Ford Capri hier. Ja, ich habe natürlich ein paar kritische Worte gefunden. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich den alten Capri aus den 80ern kenne. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Namensgebung haltet. Wenn ihr den alten Capri noch kennt. Ja, was haltet ihr davon? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und lasst mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.